Der Sport ist hier, der hat die Flasche, der hat die Flasche, der hat die Flasche, der hat die Flasche. Also, jetzt schauen wir mal, jetzt kommt von hinten das Flugzeug. Da ist es gezeigt, das heißt, an dem E-Heizchen, die da draußen, um die Flasche zu sehen, die abhöhlen, und an dem Hauptsache, was die Flasche da unten, und an der Seite, die da unten, 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 da unten. Jetzt wird das Führungsfallzeug ausstirmen und jetzt schauen wir auf Johannes Leitinger, schauen auf die Hand und wenn die Grün geschaltet ist, dann wird dieses Rennen bestanden. Und das ist ein bisschen die Moment der Frage, die da unten ist. Das ist die Angeleitung, das wem ein bisschen vorkommt, und da staubt es auch schon ein bisschen. Aber das hat sie noch getrieben, vor allem die Kalbitz, was auf den Strecke war, auf jeden Fall. Ab dann Kürbis, wenn es weg ist, Daniel Kalbitz, um den Regen, das Tempo vorzugeben, das ist jetzt der Fall. Abends ist auf Rot geschaltet, Kalbitz, in langsamer Fahrt unterwegs, hat noch kein Tempo aufgenommen. Jetzt ist die Abel auf Grün und Kalbitz hat den Start völlig verpänt. Aber beim Laden muss man sich verpänt.